an diese Sandbarrikade oder ich bleibe hier oben drin. Ich hätte eine Idee. Bringt die Geisel woanders hin. Ja, bin ich eigentlich auch dafür. Nein, lass dich hier lassen. Nee, die Geisel woanders hin und wir sagen dann, ja, okay, die Geisel wurde jetzt an einem bestimmten Ort, die wird sich dann in 5 Minuten melden. Ja, das machen die nicht. Die wollen die Geisel sehen. Dann schicke ich, das weiß ich nicht, dann schicke ich ihnen ein Foto von der Geisel oder so. Whatsapp. Ja, ja, Polizeichef, ich hab sie doch in Whatsapp hier. Gucken sie, da ist die Geisel. Okay, wo geh ich denn jetzt am besten hin? Alter, kann doch noch zu mir kommen, wenn ihr wollt. Ja, dann geh ich zu dir, Philipp. Allerdings von hier, wo ich jetzt stehe, bringt das eigentlich nicht viel. Ja, du weißt aber ja nicht von, du weißt nicht von welchen Seiten die alle kommen. Wir müssen eigentlich alle Seiten irgendwie abgedeckt haben. Ja, wie gesagt, ich bin ein ziemlich schlechter Schütze und ich komm dann lieber mal mit auf Philipps Seite, weil alleine reiß ich eh nichts. Hm. Okay, oder? Oder du kommst zu mir, weil dann sind wir, ähm, also ich bin jetzt auch nicht der allerbeste Schütze, dann vielleicht, wenn wir zu zweit sind, könnte das was rausreißen. Wenn du wirst. Jetzt bin ich aber schon bei Philipp. Ich bin gleich von dir weggelaufen. Ich will jetzt auch nicht so lange hier rumgammeln. Ja, ich auch nicht. Das ist auch voll langweilig für Dinge. Ja, ich geh jetzt, ähm, ja, Rexon nimmt ja eh nicht auf. Aber zu Hause, da kannst du schon mal die Polizei anschreiben. Gut. Ja, macht das schon mal. Oh Gott, das wird eh wieder so. Philipp, soll ich doch da oben gehen? Ja, du kannst in den Kulturen, wenn du willst. Alles klar. Oder willst du lieber einen Eingang decken? Weiß ich nicht. Habt ihr zufällig, nee, ich geh lieber nach oben. Habt ihr zufällig viel Essen? Ich hab, ähm, jetzt noch vier von beiden. Ja, warte mal, gib mir mal, dann lauf ich mal kurz zu dir. Was ist denn hier gerade? Was ist denn hier gerade? Ey, lass uns mal kurz bei der Geisel treffen, damit ich mir was zu essen geben kann. Das ist, das ist Tonics Biotesting Facility. Ich bräuchte auch noch was zu trinken, das wäre ganz gut. Rechts neben dem Dings Airfield da. Einfach Tonics, T-O-N-I-C-S, Biotesting Facility. Hat jemand was zu trinken von euch? Ja, ich. So, Zartani, das bist du. Ich weiß nicht, ist hier so gut, ey, weil, guck mal, was gibt's denn da noch? Habt ihr die Bullen schon gerufen? Der singt einfach. Hier ist gut. Ja, geht. Warte mal, wir können den natürlich auch in unsere Gruppe einladen und wenn die Bullen ihn dann wegfahren, holen wir ihn wieder. Sind hier Eingänge? Wo, wo ist der Eingang? Der andere? Ich kann nicht mal auf der Map gucken. Da ist ein Durchgang. Da ist ein Durchgang. Aber hier hinten ist kein Durchgang. Und jetzt gleich kümmert sich die Polizei einen Scheiß darüber. Also, also es gibt drei Eingänge. Vier Eingänge. Ich chill mal direkt hier im Busch. Ey, das wäre eigentlich viel sinnvoller, oder? Was? Hier im Busch, ey. Ihr seht all... Mich sieht man nicht, oder? Deine... Deine Knarre guckt ein bisschen fort, aber... Oh, ich höre, glaube ich, was. So, jetzt immer noch. Okay. Ich schick's jetzt ab, okay? Ja. Ich bräuchte noch was zu essen, genauso wie Zartani. Also, Zartani braucht was zu trinken, ich brauche was zu essen und so. Ja, ich brauche auch noch was zu essen. Also, ich brauche alles. Achtung, ich habe jetzt geschrieben, wir haben eine Geisel, wir wollen den Polizeichef unbewaffnet beim Tonics bei Eye-Testing Facility sehen. Nur den Polizeichef. Die Geisel befindet sich bei uns, ihr geht es zurzeit noch gut, aber sobald sie nicht ordentlich handeln, wird unser SM-Spezialist Philipp von Julo sich um ihn kümmern. Ja, ich. Zartani. Zartani und Buki. Essen, trinken, schnell. Also, wenn die gerade euch fragen, was verlangen wir denn? 32 Millionen. Wie viel? 22, nein. 200k, 200k, ein Strider. Ähm, ich brauche noch was. Nee, Strider, gib mir. Ich brauche noch ein bisschen was zu futtern. Ich habe zweimal dir gegeben. Ja, das habe ich nichts mehr. Wir verlangen 200k und... Dann gib mir was, und ein Heli und ein... Ich habe ja nichts. Ich habe nichts. Scheiße, ey, dann verdurst du dich gleich. Nee, 50 Donuts. Warte, warte, warte. Zwei Sachen, gib mir was. Wir verlangen, wir verlangen, äh, 200k, fünf Donuts für unsere Mannschaft und für jeden Night Stalker. Genau, Night Stalker, Alter. Ja, danke, danke, danke. Okay, okay, ich hab' Ja, und was ist, wenn die sagen 200k, klar, aber die Night Stalker nicht? Dann nur die Night Stalker, okay? Okay, dann nur die Night Stalker. Ich brauche irgendwas zu essen noch. Hat noch einer was? Ja. Geld haben wir genug, aber... Night Stalker, das, äh, brauchen wir unbedingt. Ja, go, go, Leute. Ey, jetzt schild euch mal jeder nach einem Eingang, würde ich sagen. Einer bleibt bei der Geisel und jeder nimmt einen Eingang. Ich bin jetzt bei einem Eingang. Chris ist ja vorne. Ich bin jetzt unten rechts bei dem Eingang. Ich bin wieder bei dem grünen Kasten. Also, ich weiß nicht genau, ob das ein... Das ist kein Eingang, allerdings ist es trotzdem nicht schlecht, weil ich von hier ziemlich viel überblicken kann. Ja, du bist auch... Du bist auch... Ja, er ist auch... Guck mal östlich von der Mitte halt. Da sind noch zwei Eingänge. Und wenn da noch einer hingeht, der kann dann ja beide ziemlich abchecken, dass da keiner kommt. Östlich. Wollen wir auch mal ein bisschen mit dem Kompass arbeiten? Oh, warte, ich habe keine Ahnung von Kompass. Ah, da hinten ist ein Eingang. Ja, mit K. Fresse-Typ. Ich weiß, Sie quatschen sehr viel in Ihrer, in Ihrer Zeitung, aber könnten Sie jetzt bitte mal die Fresse halten? Danke. Töööööööööö. Halt endlich die Schnauze! Also, wollen wir mal ein bisschen mit dem Kompass arbeiten, damit wir uns auch ein bisschen orientieren können? Ich habe keinen Kompass. Ich auch nicht. Ich habe keinen Kompass. Oah. Ich glaube, ich keine Kompass. Du kannst ja auch die Map nehmen für Nord-Nost-Süd-Westen. Ja, aber mit Kompasses ist das halt ein bisschen genauer. Dann kann man Grazer. Ah, doch, doch, doch. Ich habe einen Kompass. Sie haben einen Kompass, okay. Ich kann den gar nicht erkennen, die Grazer. Echt nicht? exhaustionig auch? Hä? What the fuck? Also, es schafft das bei mir schon nicht. Du willst das nicht aufnehmen. Also, von mir aus gesehen ist die Geisel im Nordwesten. Boah, wie wollen wir uns jetzt orientieren? Also, ich bin im Süden von der... Ja, aber du kannst den Norden, Osten, Süden, Westen sehen, oder? Ja, ich bin im Osten relativ. Ja, also ich gucke jetzt gerade nach West. Satani, wo bist du? Ich stehe hier neben der Straße an so Sandsäcken, oder was das ist. So Steinen, oder keine Ahnung. Ich gucke gerade mal, ich bin hier noch ziemlich offen hier oben im Turm. Zumindest von einer Seite, aber da könnten ich mich eigentlich irgendwo killen. Da ist Philipp. Ich kann nicht so schön über die Wand gucken. Könnt ihr die Luben zumachen, oder? Eigentlich sicher hier. Du bist drüben in dem anderen Turm, ne? Ich habe eine Beschwerde, kommen Sie mal her. Wer? Er hat Geisel geschrieben. Wer ist jetzt noch bei der Geisel? Ja, ich stehe jetzt noch bei der Geisel. Ja, Outsider muss da stehen. Ist es sinnvoll, die Luken zu öffnen oder zu schließen? Einige würde ich zumachen, also zum Beispiel an der Seite oder sowas. Aber vorne und hinten würde ich auflassen. Soll ich gucken kannst, du kannst halt durchschießen. Ja. Ähm. Ähm. Gaming-Cookie ist jetzt da an dem Turm, gell, noch? Genau. Bill, dein Ifri ist da mal zu, oder? Ich camp hier neben so einer Straße. Okay, gut. Wollen wir mal... Können wir vielleicht noch den Schlüssel geben sollen, oder? Ja, das hätte ich auch. Wir schreiben die Typen nicht zurück. Wir werden Stress haben. Die interessiert sich nicht. Wahrscheinlich. Das wäre auch feinlich. Ja, das wäre voll kacke. Ja, dann legen wir die Geisel aber um, ne? Ich meine, man muss ja auch Respekt sich verschaffen. Genau. Ja. Ich schreibe jetzt, ich schreibe jetzt da unsere, was wir verlangen und dass sie fünf Minuten Zeit haben zu antworten. Oder, warte mal, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir die Geisel in so einen Turm hier reinholen? Nein, lass sie da stehen. Lass sie da stehen, das ist, das kommt viel cooler. Ja, Mann. Ja, Mann, das wird eh wieder in die Hose gehen. Viel bedrohlich, wettig. Das ist die falsche Einstellung. Wie viele Nightstalker brauchen wir? Äh, fünf. Aber schreibt denen das nicht, schreibt denen das nicht. Wir verlangen erstmal Nightstalker. Macht zehn. Wir verlangen acht Nightstalker. Vier, zwei. Ja, soll ich das jetzt schreiben? Ja. Wir verlangen... Hey, was sind Nightstalker? Das ist so ein krasses Visier. Also, das ist so ein Sniper-Visier, da hast du Thermalsicht und sowas alles. Also, ja, das können wir. Okay, nice. Aber was verlangen wir? Nein. Wir haben bei 100.000. Und 50 Donuts. 50 Donuts? Der Polizeichef ist gerade nicht verfügbar, also werde ich als stellvertretender Polizeichef einspringen. Was verlangen sie? Safi LP ist das. Safi LP. Safi LP. Okay. Gut, dann schreibe ich Safi. Wir verlangen acht Nightstalker. Acht Nightstalker. Eine Million. Bei 100k, oder? Ja. Ja, okay. 200 Altes, aber... Was haben wir mit 200k? Ist das dick? Ja, das ist echt nichts. Ich hab zwei Millionen. Ja, das ist einfach so ein Soulplay-mäßig und so. Und 5 Donuts, weil ich gerne fett werde. Mal noch einen Kaffee. Mal noch einen Waren, weil wenn er kalt ist, stirbt die Geisel. Die haben 5 Minuten... Nein, keiner macht mehr. Ja, ich meine, bis die hier sind. Du kannst ja sonst auch schreiben, die Geisel verhungert langsam. Ich bin so... Wir brauchen... Am besten ganz schnell, da unser SM-Spezialist... Don't die Finger kribbeln. Oh mein Gott. Und Text-Message. Gut. Das ist so Hobby-Low. Und Text-Do-Send. Fick dich doch. Das ist zu lang. Nee. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, ey. Wie viele Leute kommen. Ey, man müsste einfach mal eiskalt nur 5 Donuts fordern. Ja, was war denn... Bei uns auf dem Server waren das, glaube ich, schon mal welche. Wir haben irgendwie 500 Donuts oder so gefordert. Ja. Alter. Oder ein Donuts. Alter. Nee, was war das? Ich glaube 20 Donuts und 20 Kaffee gegen Kavala aus dem Post. Und so war das irgendwie. Aha. Bin schon hingegangen, hab's auf 10 runtergehandelt, dann war's in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ich glaube hier vorne lasse ich die Luken mal offen, weil ich glaube, dass die von hier vorne auch kommen werden. Einfach mal, was die Hauptstraße ist. Richtung, äh, Jonas mach ich mal zu hier. Ja, ich mach hier hinten auch mal lieber zu. Ähm. Mein Richtung. Sorry, 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 sorry. Aber so hab ich halt Überblick, ob ich sehe, dass, vielleicht seh ich ja noch, dass sie mit zwei Helis oder so kommen. Jawohl, ich das gucke. Also, wir verlangen 8 Nightstalker, 200k altes Dollar und 5 Donuts, da ich gerne fett werde. Machen Sie schnell, unser SM-Spezialist kribbelt schon in den Fingern. Okay. Geht das klar? Ja, ja. Boah, endlich mal echt gespannt, ey. Ja, ich hoffe. SOS wird mir auch schon lange. Ja, klar, aber Nightstalker wäre halt schon richtig. Nightstalker sind leider aus, die haben wir nicht mehr. Es tut mir leid, aber die müssten wir erst wieder importieren aus dem Ausland. Das Geld, das wir ihnen liefern und die Donuts natürlich auch, würde auch noch 10 weitere. Gut, dann SOS. Aber dann 10 SOS-Visiere. Ohne die SOS-Visiere, also ohne Visiere wird's nichts. Ja. Oder sagen 3 Millionen oder sowas. Ich weiß nicht, wenn wir 1 SOS haben. Ich meine, dann stellen wir eh gleich wieder die Dinger so weg. Aber ich wette, da kommt eh nur ein Polizist, zieht das Ding durch und fertig, weil... Ja, hoffe ich, das wäre gut. Erst recht, wenn wir Visiere bekommen. Ich meine, es fehlt zwar die Action, aber dann haben wir wenigstens... Wenigstens... Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Wenigstens etwas, um uns dann gegen andere Leute zu verteidigen. Ja, super. Dann haben wir... Jeder hat eins. Chris stürzt für die Ab, Gaming-Boot. Also, ich habe jetzt wieder geschrieben, dann nehmen wir 10 SOS-Visiere, ohne Visiere wird's leider nichts. Da ich auf fettige Sachen stehe, nehme ich das Angebot mit 10 Metern und Donuts auch gerne. Danke und ein Herzchen. Oh, da ist ein Auto vorbeigefahren. Da ist ein Auto vorbeigefahren. Was für ein Auto? Hast du gesehen? Ein weißer Off-Roader. Oh, weiß. Off-Roader weiß, ja. Weißer Off-Roader. Ja, ich konnte jetzt nicht sehen, wer da drinnen sitzt, aber egal. Wir auch nicht, war mir zu schnell. Alles klar, damit werden wir einverstanden. Da ist viel Leute on, ne? Wir sehen uns... Ne, warte mal. Ich setze mal lieber meine Sichtweite ein bisschen zurück. Dann kommen sie unbewaffnet... Und bitte nackt. Oh, das wäre bitter. Ja, ohne Klamotten und alles drumherum. Ne, nackt. Ach, sag, da stehe ich drüber. Im Leopardentanga. Ja, warte. Nackt in Leder des Hustes. Ja, ist ja gut, ey. Aber Junge. Daffengelände. Ja. Wissen die denn schon, wo wir sind? Ja, ne? Also... Ja, wie heißt das nochmal? Sag mal den ganzen Namen. Tonys? Ja, nein. Tonics? Bio-Testing? Warte, 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 warte. Wir machen uns zu ihnen auf den Weg und ich erbitte auch, dass sie zu der Verhandlung alleine kommen. Ich werde zwar auch meine Leute dabei haben, zur Sicherheit, aber zum Ringen werden bitte nur wir beide vor Ort sein. Sag, denn die sollen mindestens einen Kilometer Abstand halten von dem Ding. Das Ding sieht schon komisch aus so auf der Karte. Da oben ist auch ein Waffenladen. Waffe geholstert und nackt in Leder des Hustes mitkommen. Oh, hier ist ja direkt das Polizeihauptquartier. Ja, ist eigentlich auch nicht so. Ja, aber die dürfen ja eh nichts machen. Sobald die irgendwie sterben, haben die ja Regeln. Gut, habe ich jetzt abgesendet. Okay, da bin ich mal gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Ich bräuchte den Schlüssel für den Elfried hier vorne. Soll ich schnell zu dir kommen? Ja, ich weiß nicht. Ja, komm. Wo bist denn du? Ja, mach ganz schnell. Ja, das ist nicht weit von mir weg, aber... Ich habe einen Redgold gepfiffen, Alter, jetzt renne ich da schnell rüber. Hätte ich mir auch holen sollen. Dann bleib eigentlich von dir, weil ich glaube nicht, dass die von da vorne kommen. Obwohl... Ja doch, das wäre schon besser. Schon, schon. Obwohl, guck mal, das reicht doch eigentlich. Ja, stimmt eigentlich, ja. Na, aber nee, das ist auch nicht sonderlich toll, weil hier die Straße so eine Kurve macht. Ich kann überhaupt total wenig einsehen. Schnell, Philipp, Philipp. Guck mal auf der Map, das sind ja... Bei mir ist noch ein Eingang und bei dir sind zwei Eingänge. Wenn du die einigermaßen im Blick hast... Ja, ich hab aber eben... Ich hab aber eben nur einen Eingang im Blick, weil die Straße so eine Kurve macht. Beziehungsweise diese Sandsäcke oder die... Was da steht, diese... Ja, das sind... Ich hab jetzt geschrieben... Okay. ...müssen leider erst importiert werden, die... ... und jetzt hab ich einfach gesagt, geh, klar. Ich will da nicht... Ich will nicht mehr. Ich bin schon zu gay. Er fängt da an mit SM und D'Souz und dann wird's ihm zu gay. Oh Mann, ey, diese Polizisten. Da hab ich auch meine Grenzen. Ja. Was kriegen wir hier schon mal? Wie viel... Haben die denn gesagt, mit wie vielen Leuten die da kommen? Oder bleibt das geheim? Mit der Mannschaft? Nö, die bleiben einfach im Auto. Ah, die Penner. Das heißt, ähm, meistens bis zu drei, sag ich mal. Wie viele sind denn die eigentlich? Boah, das sind auch ganz schön viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Stück. Ja, elf Stück. Ja, Mentor ist da, aber der ist nicht verfügt, weil er wahrscheinlich gerade irgendwas mit dem Krieg da zu tun hat. Äh, wahrscheinlich. Ah, mit dem Krieg? Ja, falls ihr's noch nicht mitbekommen habt, ja, zwischen TT und der Polizei herrscht Krieg. Ja, das könnt ihr aber auch bei Mentor auf dem Kanal sehen. Der hat da eine Kriegserklärung hochgeladen, da wurde der Safi auch befördert. Bei Craps1 und so. Und wir hatten auch noch mal gemacht, Ralf und ich glaub, Dallocat oder so. Ja, aber das sind ja heute irgendwie die alle nicht da, oder? Die TT-Leute. Doch, doch, außer Anne und Ralf. Jo. Keine Ahnung.